Hi! Dieser Tornado in Pakistan wird immer stärker, sieht aber schon jetzt ziemlich furchteinflößend aus. Obwohl die Jungs da unten das nicht so zu sehen scheinen. Ja! Ah! Be careful! Ja! What is this rabbit doing? Apparently It has a bit of fur It literally has bit of fur Wow Who would imagine that the remove the ice from the electrification lights looks so cool? Just press the button DJ Go! 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 I'm not going to see it Das Gute an der Büroarbeit ist Mad Max hat ein Video aufgenommen, wie er sein Auto sauber macht. Der Kunde sollte besser nicht fragen, warum die Pommes Frittes so matschig sind. Wenn man im Jahr 2023 plötzlich beschlossen hat, ein Landwirt zu werden. Jetzt weißt du, warum Baymax keine Mütze trug. Die Stadt schläft ein. Der Vulkan wacht auf. Dieser Typ bereitet sich darauf vor, eine Katze zu retten. Wie ist sie aber überhaupt dorthin gekommen? Willkommen! Die Stadt schläft ein. 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 Bis zum nächsten Mal. Sieht so aus, als hätte dieser Glückliche einen Mjölnir in der Hand. Perfekte Nuss für einen eingeschworenen Feind. Giebe uns ein Like, wenn du auch den Wunsch bekommen hast, in den Urlaub zu fahren. Die Art von Videos, die jedes Mal immer lustiger werden. Oh, okay. Oh! 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 Eine Erinnerung daran, dass smartes Arbeiten nicht nur sparsam ist, sondern auch noch Spaß macht. Das ist super. Oh, Andres! Oh! 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 Bis zum nächsten Mal. Da hat es wohl jemand nicht geschafft, bis zum Sommer abzunehmen. Aber es steht ihm, nicht wahr? Oh no, honey, your car don't go there. Oh ja, da ist die Kurve. Oh! 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 Musik Musik Im Hochsommer werden sich die Stadtbewohner dafür bedanken. Musik 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 Zu viel Pathos für einen gewöhnlichen LKW. Zu viel Pathos für einen gewöhnlichen LKW. Wir warten in den Kommentaren auf deine Meinung. Wurde hier etwas mit Photoshop getrickst oder nicht? Falls jemand sagt, dass es keine perfekten Live-Hintergründe gibt. Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal.